Leona Dupot. So ein Name schallt doch förmlich nach Hochstapelei. Bonsoir, mein Name ist Mrs. Mills. Ich bin Ihre neue Nachbarin. Entschuldigen Sie mich. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Wenn man es selbst glaubt, überzeugt man auch andere. Sagen Sie elend, dass Objekte in Ihrem Badezimmern... Ich hänge da an, weil es meiner Großmutter gehört hat. Ich würde es niemals verkaufen. Warum? Schade. Verlegerin? Oh, wir entzückeln. Marvel ist wundervoll. Aber wir brauchen eine Heldin, die uns zeigt, dass alles möglich ist. Sie, Scarlett. Nein, nein. Ich hab genug. Sie ist der Star. Sie ist die Königin in den sozialen Medien. Fünf Millionen Klicks in einer Woche. Und was machen wir jetzt? Wir müssen sofort zum nächsten Termin und der ist in fünf Minuten. Hey! Alles gut. Ich fühle mich Ihnen außergewöhnlich verbunden. Sie sind einzigartig. Und so vertrauenswürdig. Ellen, beurteilen Sie Ihr Buch niemals nach dem Einwand. Was genau sind Sie? Für mich sind Sie einfach nur krank, Monsieur. Leonhard Schomsky. Sie sind eine Frau und Sie bleiben auch gefälligst eine. Das können Sie sich abschminken, Stumpfhosen, Busen, Entharen. Nein, danke. Entschuldigen Sie mich. Ich zieh mich jetzt wieder an. Und zwar wie ein Mann. Ich bin ein Mann.